Tor für Schalke. Wie aus dem Nichts geht Königsblau hier in Führung. Einen Freistoß in halbrechter Position 24 Meter vor dem Tor zirkelt Goretzka über die Mauer ins rechte obere Eck. Lenny reagiert gar nicht erst. Leon Goretzka ist ein Fußballspieler aus Deutschland, Stern 19 95 bis 02 bis 06 in Bochum, Deutschland. Leon Goretzka spielt bei FC Schalke 04.